Servus miteinander, nachdem meine Aufnahmen als Komparse jetzt rum sind und ich irgendwann eventuell mal wieder ausschauen möchte wie ein halbwegs normaler Mensch, habe ich mich beschlossen, wir können dem Ganzen jetzt mal ein Stück entgegenkommen und einfach mal anfangen, hier eine Rückverwandlung zum Menschen stattfinden zu lassen. Da wäre eine Heckenschere vermutlich besser, das reicht schon fast zum Bettfedernfüllen. Ein bisschen traurig bin ich eigentlich darüber, so langsam aber sicher hätte ich mir hier so den Kaiser Wilhelmbad machen können, auf beiden Seiten. Das Thema wird sich jetzt auch gleich erledigen, aber wenigstens keine Barthaare mehr im Essen hängen, das ist auch was wert. Oder ? Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Zumher Materie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt haben wir mal so einigermaßen den Urzustand wieder hergestellt. Und jetzt werde ich mal gucken, ob ich nochmal im Bad im Spiegel mit einem vernünftigen Licht, hier oben sehe ich gerade, hier ist noch jede Menge so Kleinzeug hier. Ich werde da schon noch ein paar Mal jetzt irgendwas finden. Das ist immer von der Länge auf kurz rasiert. Das ist durchaus normal, dass da immer mal wieder irgendwo so ein Nest auftaucht. Aber ich hoffe, dass ich die jetzt dann alle noch erwische und lasse ich heute Abend nochmal meine Frau kurz drüber schauen. Und dann habt ihr mich wieder in den nächsten Videos, so wie ihr mich gewohnt seid, und nicht mehr als Almhöhe unter der Brücke. Hier schaut es aus, als wäre eine Katze gerupft worden. Das ist alles Haare. Boah, das ist ja echt eine ganze Ladung. Meine Herren. Das ist alles von meinem Kopf. Verrückt. Tschüss.